Hallo, ich bin Jutta Wittli, ich bin die Designerin von Funkelkram. Ich bin die Mutter aller Funkelviecher und ich mache die ganzen Kreativbeispiele in unserem Online-Shop. Und jetzt machen wir gleich mal noch ein paar Filme, die euch so ein bisschen zeigen, wie das so geht, weil man das auf den Bildern nicht so gut erkennen kann. Ihr wisst ja, dass das auf den Videos immer alles hochprofessionell ist und alles ganz toll und zurechtgeschnitten und so weiter. Damit keiner ein schlechtes Gewissen hat, weil ihr nicht so ordentlich arbeitet, zeige ich euch mal, wie das wirklich aussieht. Nämlich so, ich bin eigentlich nur Schlampe und mein Arbeitstisch, der sieht nie so ordentlich aus wie hier. Da fliegt alles rum, nur da kriege ich Schimpfe, weil das auf dem Video nicht gut kommt. Und deswegen machen wir jetzt gleich auf einer wunderbar sauberen Fläche, schön angeordnet, so richtig, wie man das so auf diesen Filmen so kennt, Schmuck. Wir fangen mit Steampunk an. Bei Steampunk ist gerade in und Steampunk macht unheimlich viel Spaß und man braucht nicht viel. Ein bisschen Sekundenkleber, ein paar Einzelteile und dann klappt das. Und jetzt hören wir auf mit dem Quatsch. Jetzt machen wir richtige, ordentliche Schmuckbastelvideos.